In der spirituellen Tradition der Inkas glauben wir ganz fest daran, dass wir, wenn wir uns mit den Spirits der Natur verbinden, wie zum Beispiel mit Mutter Ozean oder mit Vater Rhein, mit dem Großglockner, der Zugspitze, wenn wir uns mit denen verbinden und etwas von Herzen geben, bekommen wir immer etwas zurück. Und genau das machen wir in unserem Kurs Wünsche 2021 manifestieren. Mein Name ist Hans-Martin Beck und ich bin Coach und spiritueller Lehrer der Inka-Tradition. Und gemeinsam mit meiner Frau Elke werden wir am 30. Dezember Energie abgeben. Wir werden von Herzen etwas an die Spirits geben und sie darum bitten, uns dabei zu unterstützen, dass ein ganz großer Wunsch für das neue Jahr in Erfüllung gehen kann. Wir laden dich ganz herzlich ein, sei dabei, wenn wir das alte Jahr in Frieden abschließend Blockaden von diesem Jahr lösen und uns komplett auf das neue Jahr ausrichten. Wir freuen uns auf dich. Bis bald und tschüss.